Grüß Gott, mein Name ist Peter Kuhn, ich bin der Inhaber von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie zu unserem Seminar Katalog, Flyer & Co. am 10. November 2015 in Randersacker bei Würzburg einladen. An diesem Tag geht es, wie der Titel sagt, um die gedruckte Werbung. Wir werden uns ansehen, welche Materialien haben wir zur Verfügung, wie sieht heute die Druckszene aus. Sie hat sich viel verändert in den letzten 10 Jahren, auch an den Preisen. Unsere Druckprodukte sind heute viel günstiger als früher. Wir werden uns ansehen, wie läuft es denn mit der Kommunikation, Grafiker und Druckerei. Ist es sinnvoll, die Grafik selber zu gestalten, ist es sinnvoll, sie nach außen auszulagern. Wie sieht die ideale Grafik eigentlich aus für Bildungsprodukte? Und es ist ja letztendlich nicht nur die Grafik, sondern es sind auch spezielle Inhalte, die Bildungsdruckprodukte aufweisen müssen. Wie baue ich ein Seminarprogramm richtig auf? Wie setze ich es optisch richtig in Szene? Hier gehört dazu, wie kriege ich die Beziehung von Bild zu Text richtig hin? Welche Bilder kann ich verwenden? Wo kriege ich günstige Bilder her, die ich auch verwenden darf? Hier werden natürlich auch Fragen geklärt. Wie ist es denn mit den Bildrechten? Darf ich denn Bilder meiner Teilnehmer verwenden? Und unter welchen Umständen darf ich es oder darf ich es nicht? Dann werden wir uns natürlich ansehen, wie texte ich gut, wie texte ich gut für die Printwerbung? Und letztendlich werden wir uns einige spezielle Printformate angucken. Hier werden wir uns unseren Fokus setzen auf die am häufigsten verwendeten Formate. Das häufigste Printformat in der Bildungsbranche ist nach wie vor das Seminarkatalog. Nach wie vor auch noch das erfolgreichste eingesetzte Printprodukt. Dem werden wir uns widmen. Und wir werden uns auch den Seminarflyer genauer ansehen. Sie können an diesem Tag auch eigene Druckprodukte mitbringen, die wir dann im Plenum gemeinsam besprechen. Es wird sicherlich ein interessanter Tag. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden. Das Seminar findet sicher statt. Bildungsbetrieb.de hat eine Durchführungsgarantie. Sch애 tend afterlife. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020